fahrlässig gewesen ist also heißt durch den wirklichen blöden unfall also so pauschal möchte ich das jetzt nicht sagen oder ob es gerade hier zum beispiel der andere eigentlich schuld ist an dem unfall deswegen also ist mehr also wie gesagt es da kommt es wirklich auf mehrere faktoren an heißt wie ist das denn ganz genau passiert also wie auf jeden fall wenn das selber nicht dran schulden willst du denn der antritt zur ursache eigentlich davon worden kann auf jeden fall straffrei ich bin vorsatz vor ist es fahrlässige tötung oder körperverletzung mit mit todesfolge weil er dort müsste hier tötungsabsicht und wenn sie eben mit absicht dort dann ist es ja okay okay darf ich fragen woher du kommst das würde mich dann jetzt mal schon interessieren woher du kommst dann okay die kurve kriegen wir ganz locker mit nehmen wir zwar das schild mit das ist mir jetzt aber eigentlich gerade mal knapp die hälfte wert okay er kommt aus rumänien mhm 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 so jetzt ganz nah am rand vorbei ich habe jetzt das extra schon ein bisschen weiter jetzt ausgeholt so er kommt aus tschechien okay so es geht doch es geht doch es wird hol dir schnuller und trotzdem ausgezeichnet ja das möchte ich jetzt einfach mal unterstreichen so dann geht es mit der planierraupe jetzt nach barstow weiter das ist das wäre dann das war schon eigentlich tutschloch ja da hat bei rotwilligen kauf genommen dass was passiert so okay ernsthaft ich will jedoch nur von dem hof runter so kommt dann geht es da jetzt weiter die fracht haben abgeliefert so okay dann geht es entspannt weiter das war 47 meilen okay das kriegen so jetzt wo ist dieses verdammte teil luci ich hab dich auch ein ich hab dich auch gern okay du hast du hast seine 15 minuten rum gehabt und ich wünsche dir noch einen schönen abend okay und bei bike mhm ja okay so ähm ja er mag erzähl das beste kommt da noch so okay okay ich bin ein bisschen schön unterwegs ne so heute im stream heute im chat geht es aber teilweise echt ab dass wir irgendwie kommt also heute heute im stream geht es geht es richtig zur sache irgendwie kommen heute viele idioten aus der straße gekochen ich weiß nicht haben wir irgendwie morgen feiertag oder dass die ganze dass die ganzen spielkinder jetzt noch dass die ganzen kinder jetzt noch unterwegs sind ich weiß donnerstag ist feiertag da ist christi die frau leichnam ist da zumindest in der w was von leichnam von leichnam ist jetzt jetzt am äh ist jetzt am donnerstag na gut okay naja na gut okay ich könnte jetzt auch da sind die ganzen leute in bayern wieso haben die leute in bayern bayern baden württemberg und schönen guten abend anton na ben du hast hier heute abend echt was verpasst du hast hier heute abend echt was verpasst ja ja ich denke mal das kann man so ganz gut behaupten so okay das ist ja und leichten und ist okay und ist einheitlich schon ich weiß okay jetzt was 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 hat mag das oder guckst du den sechs mal an und sagst das mal bitte weil ich kann mich hier weil ich mich ein bisschen auf die straße jetzt konzentrieren äh äh was sag ich das noch moment was der mark da geschrieben hatte jetzt ja ja also ja wie gesagt es ist eben schwer zu äh mhm es ist eben schwer zu beurteilen ne mhm ja da müsste man die genaue situation kennen okay äh okay äh und anton ja das kann ich zum beispiel jetzt äh sehr gut lesen ähm äh okay ähm schon traurig schon traurig also er will jetzt doch ein bisschen chillen und schon traurig dass er sich den ATS angeschaut okay 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 äh hallo mit Alf ach Alf ich hab eigentlich also den Alf hab ich ähm Alf als äh als Figur hab ich eigentlich geliebt aber mit solchen äußerungen macht man sich nicht wirklich beliebt ja mit solchen äußerungen macht man sich hier echt nicht beliebt okay okay ein anderer kommt gerade vom LKW fahren okay okay ja das soweit hat soweit ist das schon klar das äh ja du kommst gerade vom LKW fahren und guckst dir gerade LKW fahren an genau mhm was für ein LKW fährst du denn? so okay ähm 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 äh den park ich da noch mach mhm als möglich ich dich da jetzt so reingedrückt sooo ob nicht komm ich da rum also wieg's auf morgen Johannes wieder unsere Moderation ist besser als du okay äh äh macht macht er sich jetzt macht er sich jetzt ja immer wieder neue Dicks kannst du gerne machen und er fährt den neuen der äh den neuen DAF TX105 geil okay fährt er sich denn entspannt oder fährt er sich in irgendeiner Weise äh 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 anders als die anderen LKWs hm äh so äh jetzt nochmal zu Mark ja 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 ähm ähm was hat er jetzt nochmal geschrieben äh 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 was hatte er denn noch geschrieben und Tronald Damm äh 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 420 okay R420 was ist das für eine Marke? ist das ein Renault oder was ist das? ähm ähm ja erzähl bitte was Mark geschrieben hat ja 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 das ist schön dass du es jetzt schreibst in einem Livestream ja erstens sind wir zusammen doch haben wir uns so nicht gelesen überbrocken mit Sicherheit keine Ahnung mhm äh äh da brauchst du deine jetzt noch drei oder vier Anläuten jetzt noch nicht mehr zu erwähnen okay Ray ich wünsch dir einen angenehmen Abend auf der auf der Strafbank tschüss okay das ist ein Scania okay und der Duff fährt sich göttlich das kann man eigentlich auch irgendwo auch ein bisschen voraussetzen äh wenn das der brandneue ist oder? hm? äh okay und der R420 ist ein Scania okay okay versammle ich jetzt die ganzen Tracke um Milch herum? hat was? das hat was fahrt fahrt ihr auch äh so ähm äh wenn ich ähm wenn ich jetzt schon mal die Möglichkeit habe so viele Leute ähm 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 so viele Lkw-Fahrer hier im Chat zu haben äh hab ich natürlich ne einfach mal ne Frage ähm wie was ist das weiteste Land ähm wo ihr bis jetzt hingefahren seid? oder seid ihr nur deutschlandweit unterwegs? äh das ne? so und ich hätte auch noch eine Frage mhm wie oft liegt ihr so durstetlich pro Fahrt im im Graben? genau so auf wie Tusten? ich wette die fahren ein wenig anders das okay 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 den Scania Pferd der tronelt ähm nur noch wegen dem 420 vorne drauf der hat richtig okay der bereitet hier äh richtig Brückenschmerzen okay ne wahrscheinlich keine Ahnung keine Ahnung es kann auch sein dass irgendwas mit dem Sitz nicht in Ordnung ist keine Ahnung ne? das weiß ich nicht also wie gesagt das ja Leute was ist denn was ist denn was ist denn eurer Meinung dazu? Volvo gegen Scania wer gewinnt? oh oh stimmt stimmt das ist äh das was Anton hat meine Marmorstatue nach Nordkorea gefahren? okay aha äh wer fährt hat eine Marmorstatue nach Nordkorea gefahren? darf man fragen was für eine Statue das war? äh äh äh